Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Wie ihr seht, ich habe hier ein kleines Beckchen im Briefkasten gehabt und das werde ich mal kurz mit euch auspacken. Also, wir gucken, was ist drin. Einmal die Rechnung, die packen wir überseite. Und, wie ihr es erahnen könnt, ich habe es hier schon hingelegt, mein F200 300. Und zwar habe ich mir einfach mal die originale schwarze Rückseite bestellt. Die ist ja schon leicht offen. Und, ich will einfach mal gucken, ob sich dann, wenn ich die einsetze, dieses Knarzen eventuell erledigt hat, weil die vielleicht eventuell eher besser sitzen könnte. Das werden wir einfach mal testen. Die sieht gut aus. Also, ich glaube, dass wohl das als Original ist, kostet. Ja, 15 Euro habe ich jetzt bezahlt, ungefähr. Und wir gucken einfach mal. Weiße ab. Wir können sie mal kurz vergleichen. Also, das ist die Innenseite. Sieht für mich identisch aus. Hier ein bisschen. Naja. Und Rückseite. Was gleich auffällt, ist die Struktur, die sie hier drin haben, in der schwarzen Rückseite. Das könnt ihr auch jetzt hier hören, wenn ihr mal Fingernagel hier drüber katscht. Ihr habt nur hier beim Kameraring, ist die Struktur weggelassen. Ansonsten, ja, dürfte die eigentlich passen, hoffe ich. Ja, doch, das sieht gut aus. Testen wir es einfach. Also. Wir klipsen oben aufs Knie einfach. Und unten und an den Seiten. Und, gucke mal, ob es knarzt. Ha, weg. Das gibt es ja nicht. Das Knarzen ist weg, Leute. Es knarzt nicht mehr. Ich bin begeistert. Also liegt es definitiv an diesem Rückdeckel. Ich denke mal, dass es einfach... Der weiße Kunststoff ist ein bisschen eine andere Granulatszusammensetzung. Wer vielleicht ein bisschen eine Art von Kunststofftechnik hat und so weiter. Dann ein bisschen andere Schrumpfung oder was auch immer. Also auf jeden Fall verzieht es sich... Der Kunststoff wahrscheinlich schrumpft derartig noch zusammen. Dass es nicht mehr hundertprozentig passt. Und dadurch dieses leichte Spiel ist, was ihr in meinem Review und so gesehen habt. Und dadurch kommt ja dieses Knarzen durch dieses leichte Spiel. Und hier jetzt... Hier ist nichts. Ich kann das hier nicht bewegen. Gar nicht. Ich versuche das hier nochmal mit aller Kraft. Aber... Das ist nicht mehr im normalen... Normalen Bereich, wenn ich hier so arbeite mit dem Deckel. Und selbst da kann ich nur ganz schwerlichen Knarzen erzeugen. Und selbst das nicht immer mehr störend. Also ich bin begeistert. Gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Ich finde, es hat auch was. Ja. Also ich bin zufrieden. Hab diese 15 Euro es nicht bereut. Also wer ein weißes Modell hat, den dieses Knarzen total nervt. 15 Euro, wenn die ziemlich schwarze Rückseite hat. Und euer Knarzen ist behoben. Ihr könnt natürlich auch gleich die schwarze Version bestellen. Weil da ist ja der Eindruck, die Knarzen nicht. Also ich muss mich da ganz kurz mal korrigieren, berichtigen. Auch der Deckel fängt an zu knarzen. Also jetzt schon nach kurzem, noch ein paar Mal auf und zu. Fängt auch dieser Deckel an zu knarzen. Ich denke, man kann es hören. Ich halte mal das Mikrofon. Allerdings noch nicht so ausgeprägt wie mit dem weißen Backcover. Aber das habe ich auch schon zehnmal auf und ab. Und ich weiß nicht. Ich werde mal gucken, ob sich es noch so entwickelt wie bei dem weißen Cover, wenn ich es öfter auf und zu mache. Was ich doch schon mache, weil ich meine die SIM-Karten des öfteren wechsel. Also da habe ich dann doch wohl vorzeitig den Deckel beschuldigt. Also da wahrscheinlich wird es doch hauptsächlich am Gehäuse liegen. Oder einfach auch die Kombination Gehäuse-Deckel. Also wie gesagt, ich habe es bisher selten gehört, dass es die schwarze Version knarzt. Die weiße Version, da habe ich es häufiger gehört, dass die knarzen. Das scheint wohl ein generelles Problem bei der weißen Version zu sein. Also müsst ihr wissen, wenn ihr die weiße Version haben wollt, holt sie euch und dann so ein Cover dazu. Es gibt es auch in weißen und alle möglichen Farben. Dann ist es knarzenauig erledigt. Oder wie gesagt, meine schöne Lösung mit dem Displaywischer hier hinter dem Deckel. Naja, ihr habt ja wahrscheinlich mein Review gesehen. Alles klar, das war es von mir. Herzlichen Dank fürs Zusehen, wenn mir das Video gefallen hat. Wie immer, Daumen drauf, freue ich mich. Alles andere in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.